Stopp, Tone, warte mal, das muss doch der Fallrückzieher sein, oder? Ja, das ist der Fallrückzieher. Das ist... Schau mal, eigentlich wäre der reingegangen, Bro, wäre der Fallrückzieher nie passiert, weißt du, was ich meine? Jetzt Kawahal. Aber Bro, ist es das Spiel, wo Mandzukic auch einen Fallrückzieher gemacht hat? Nein, 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 bist du verrückt? Ich habe Gänsehaut gerade an meinem Schienball bekommen, no joke, wirklich nicht. Aber guck mal, ach, Bro, wie er dann in der Luft hängt, ach, das ist... Es war ein Zuckertor, ähnlich wie Garnaccio, nur dass einfach Cristiano... Naja, was soll man sagen, ich finde, da wurde Ronaldo auch ein bisschen rigged, also soll ja dein kroatischen Bruder... Das war ein Lukita. Er hatte dann mit Abstand die meisten Champions-League-Tore in der Saison, Champions-League wieder gewonnen, keine Ahnung, wie viele Tore in der Liga geschossen, plus hat noch diesen ikonischen Fallrückzieher erzielt, für den er, glaube ich, nicht mal Puskas Award gewonnen hat, ist auch ein Skandal eigentlich. Das ist das, ja. Stopp, Tone, warte mal, das muss doch der Fallrückzieher sein, oder? Ja, das ist der Fallrückzieher. Schau mal, eigentlich wäre der reingegangen, Bro, wäre der...